Ich bin seit über 30 Jahren im Versicherungs- und Finanzdienstleistungsgeschäft tätig und betreue meine Kunden ganzheitlich und mir fehlt die bisher immer so der Kit, dieser Klebstoff, der die verschiedenen Dienstleistungen zusammenfasst und mit dem Notfallmanager glaube ich ein Instrument an der Hand zu haben, das endlich lösen zu können und die Menschen auch zu begleiten und sie zu unterstützen, dass sie ein schlüssiges Konzept haben, wenn der Notfall eintritt und die Familie dadurch in eventuelle Schieflage geraten könnte. Ich nehme mit, dass ich mich nochmal auseinandersetze mit der Beschreibung meiner Tätigkeit, obwohl es schon seit über 30 Jahren jetzt läuft und gut läuft und ich nehme mit die Möglichkeit mich an Unternehmer zu wenden, wo ich vorher eigentlich die Instrumente dazu hatte.